Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Backstage, dem Nerdweb-Podcast, wo ich, der Dirk und der Nils so erzählen, was diese Woche alles passiert ist, obwohl ich glaube, diese Woche haben wir nicht nur diese Woche, sondern auch noch vergangene Woche, weil letzte Woche hatten wir nicht ganz so viel Zeit und haben eigentlich nur geschafft, über The Creator zu labern. Deswegen gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele lustige Themen. Da können wir schon fast froh sein, dass Cenk es nicht dabei ist, weil er würde seinen Senf da auch noch dazugeben, weil dann wird es wahrscheinlich ewig lang werden. Nils, du hast gerade schon mal gesagt, du hast schon so ein, zwei Filmchen geguckt und du hast dich kulturell weiter gebildet. Was hast du denn alles getrieben? Genau, also ich war zweimal im Theater in den letzten 14 Tagen. Ja, also bei uns gibt es halt, das Theater ist ja städtisch und die Stadt ist ja auch mein Arbeitgeber. Deswegen kriegst du Freikarten. Nee, nicht Freikarten, aber vergünstigten Eintritt bei speziellen Vorstellungen so einmal im halben Jahr quasi. Und dann haben wir uns halt zwei davon rausgesucht. Und jetzt muss ich aber ganz kurz mal aufstehen, weil ich muss dazu verdrungen, zu dem einen Theaterstück. Warte mal ganz kurz. Vielleicht fängst du erst mal an, erzähl du mir mal ganz kurz einen Film, den du geguckt hast. Ich bin sofort wieder da. Okay, Nils muss erst mal Zeug holen, warum auch immer. Einen Film, den ich gesehen habe, was lief denn letzte Woche in der Sneak über dich gerade? Oh, Dogman lief in der Sneak. Das ist aber jetzt doof, dass Cengas nicht da war, weil ich habe Dogman nicht ganz so mitbekommen. Ich hatte wieder so ein, zwei gesundheitliche Problemchen, weswegen ich dann eher damit beschäftigt war, als mir wirklich den Film anzugucken. Aber was ich so an Rezessionen danach, also als Kritiker mitbekommen habe, soll der echt gut gewesen sein. Es geht halt um Douglas, keine Ahnung, ich kann keine blöden Namen mehr aussprechen. Das ist halt echt doof. Der als Junge von seinem Vater immer misshandelt wird und der wird auch in den Zwinger geworfen mit den ganzen Kampfhunden drin, weil der Vater denkt, okay, jetzt kriegt der Junge echt eine Abreibung von den Tieren, aber die freunden sich mit ihnen an. Und so bleibt es wohl auch, als Douglas dann erwachsener ist. Er hat gesundheitliche Probleme, sprich, seine Beine wollen nicht so, wie er will, beziehungsweise er muss einen Rollstuhl sitzen, er kann nicht wirklich lange stehen oder laufen, geht gar nicht. Er hat dann teilweise Prothesen, die ihm zumindest ermöglichen, aufzustehen. Aber um irgendwie so ein bisschen an Kohle zu kommen, hat er seine Hunde so ein bisschen abgerichtet, dass sie quasi in Häuser einbrechen und ihnen irgendwelche Schmuckstücke bringen. Gleichzeitig hat er sich auch so ein bisschen verliebt ins Theater und möchte natürlich dann auch da als Sänger ein bisschen auftreten und hofft, dass das ihm ermöglicht wird, trotz seiner Behinderung. Aber so ganz richtig ein Kopf scheint er wohl auch nicht zu sein, denn er hat wohl so die ein oder anderen psychischen Problemchen, tut sich noch mit Gangstern anlegen, wo ihm dann auch natürlich seine Hunde noch ein bisschen mithelfen. Und ich denke, es ist rundherum eigentlich ein gelungenes Ding, wurde auch gut bewertet mit 6, ich muss lügen, 8,3 glaube ich, oder sogar noch weniger, ich müsste kurz nachgucken. Aber 6, noch was hat er bekommen, also er ist eigentlich auch gut angekommen. Und ich denke, das ist der neueste Film von Luc Besson, ein Regisseur, den wir kennen durch Filme wie Léon der Profi oder Das fünfte Element und soll gut gewesen sein. So, alldigger Bimbab. Jetzt habe ich mir auch ein bisschen im Kopf und Kragen gequasselt hier. Das ist ganz interessant, es gibt einen Film, einen jenischen Film, der ist gerade mal ein paar Jahre alt, der heißt auch Dogman. Ich dachte, das wäre jetzt das Ami-Remake, aber ich glaube, da ging es um was komplett anderes. Ne, ist kein Remake. Also es gibt, glaube ich, sogar mehrere Filme, die Dogman heißen, auch mal zusammengeschrieben, mal auseinandergeschrieben. Aber das ist was Eigenständiges. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, 6,83 war die richtige Bewertung, also ist eigentlich, ja, ganz okay eigentlich. Also warst du, war okay. Ich habe halt nicht alles mitbekommen, das ist halt das Problem. Was ich mitbekommen habe, sah gut aus, ich werde mir den Film auch nochmal angucken, sobald ich dann halt auch mal ein bisschen Ruhe habe und ein bisschen mehr machen kann. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel ich denn wirklich verpasst habe von diesem Film. Okay, jetzt zu meinem Theater. Ich habe nämlich mir nach dem Theater das entsprechende Buch gekauft, weil ich das so geil fand. Und zwar das erste Theaterstück, in dem wir waren, hat den Titel Was fehlt uns zum Glück? von Max Frisch. Und das war halt eher so experimentelles Theater. Also Max Frisch, der ja auch heute in der Kinoforschau mal vorkam, beziehungsweise für die Zuhörer morgen, der war Autor und der hat hier so Fragebögen geschrieben und da wollte ich ja jetzt nämlich auch ein paar Fragen vorlesen. Es geht nämlich bei dem Stück mehr so um Selbsterkenntnis. Also diese Fragebögen haben verschiedene Themen und richten sich halt an den Leser oder in dem Theaterstück halt an den Zuschauer und es gibt keine Handlungen. Also in diesem Theaterstück lesen die quasi die Fragen vor oder beziehungsweise fragen halt das Publikum diese Fragen und währenddessen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, eskalieren die halt immer mehr. Also das fängt halt damit an, die sitzen so auf der Bühne und lesen das so vor und am Ende schmieren sie halt das komplette Bühnenbild und sich selber mit Farbe voll. Also ist schon echt besonders und währenddessen kriegst du halt die ganze Zeit so Fragen wie, wenn sie sich beiläufig vorstellen, sie wären nicht geboren worden, beunruhigt sie diese Vorstellung? Nee. Oder? Da ist ja nichts von. Ja, aber weißt du, da sind so halt ganz viele, welche Probleme löst die gute Ehe? Weiß ich nicht. Ich war noch nicht verheiratet und ich werde wahrscheinlich nie verheiratet sein. Oder wann macht die Ehe sie eher nervös? Und da gibt es halt zu verschiedenen Themen, wo man sich halt so selber hinterfragen kann und ich muss sagen, die sind teilweise auch sehr witzig, aber haben immer auch so ein Momentum, wo es einen so ein bisschen, wo man so denkt, ja stimmt eigentlich, wenn man da mal drüber nachdenkt, dann ist man. Ja gut, mit der Ehe kann ich jetzt wenige anfangen, was hast du denn für mich? Ja gut, Vater, da kann ich ja auch wenig mit anfangen. Wie wäre es denn hiermit? Sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert? Das interessiert mich jetzt noch nicht mal. Geschweige denn. Oder wie viele Kinder von Ihnen sind nicht zur Welt gekommen durch Ihren Willen? Alter, keine Ahnung. Hätten Sie lieber eine andere Nation angehört und welcher? Das ist halt immer schwierig, sowas zu beantworten, weil du kennst erstmal nur ganz genau deine Nation. Ich könnte natürlich sagen, oh ja, ich wäre jetzt ganz gern Japaner und wenn ich dann Japaner geworden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh nee, ich wäre lieber kein Japaner, ich wäre lieber Deutscher. Aber es ist halt immer schwierig. Hätte ich eine andere Nation sein wollen? Weiß ich nicht. Oder, also wie gesagt, hier ist vieles, was man sich fragen kann. Zum Beispiel finde ich auch ganz interessant, Frage 20 im ersten Fragebogen ist, lieben Sie jemanden? Und Frage 21 ist, und woraus schließen Sie das? Ja, das ist halt wieder so die Frage, was ist Liebe? Und wie liebt man? Es gibt ja verschiedene Liebe. Es gibt ja die Liebe zur Familie, es gibt die Liebe zu einer anderen Person, es gibt Liebe zu Dingen. Was weiß ich. Du kannst ja auch sagen, okay, ich liebe dieses Buch oder ich liebe diesen Film. Das ist ja wieder eine andere Liebe, als wenn ich sage, okay, ich liebe meinen Partner oder ich liebe meine Mutter oder ich liebe meinen Bruder oder meine Schwester. Das ist ja alles wieder andere Dinge. Oder ich kann sagen, okay, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Sport. Das ist aber alles wieder anders definiert. Aber weißt du, das finde ich alleine jetzt schon so schön da dran, dass sich aus diesen Fragen ergibt sich ja jetzt schon wieder ganz viel, was man dazu sagen kann. Komm, ich lese dir mal noch ein. Wenn es halt einen betrifft, wenn du jetzt sagst Ehe und Vaterschaft und sowas, da kann ich halt nichts zu sagen, weil es nicht. In welchem der beiden Fälle sprechen Sie liebevoller von einer vergangenen Partnerschaft? Wenn Sie eine Frau verlassen haben oder wenn Sie verlassen worden sind? Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, wie oft ich jemanden verlassen habe. Es kommt nicht so häufig vor. Meistens war es andersrum. Liebevoller. Ja, man könnte natürlich sagen, da ich jetzt jemanden verlassen habe, würde ich wahrscheinlich liebevoller drüber, weiß ich nicht. Ja, aber das ist was Interessantes zum Nachdenken. Also ich schicke gegen keinen von meinen Ex-Partnern irgendeinen Groll, dass sie sagen würde, so boah, die ist jetzt aber mega doof und wenn ich die auf der Straße sehe, dann grüße ich sie nicht oder ich will überhaupt nichts mehr mit ihr zu tun haben oder sowas. Es ist gar nicht der Fall. Gesetz dem Fall, sie leben in der großen Hoffnung, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist und haben Freunde, die sich aber dieser Hoffnung nicht anschließen können. Verringert sich dadurch ihre Freundschaft oder ihre große Hoffnung? Die Sache ist, ich gehöre selbst zu den Leuten, die nicht dran glauben. Leider, es wäre echt schön, wenn Menschen anderen Menschen helfen würden, dann hätten wir vielleicht irgendwo mal Weltfrieden. Aber es ist leider so, dass die meisten Menschen auf diesem Planeten leider Egoisten sind, die erst mal an sich selbst denken und dann, wenn sie vielleicht Zeit und Lust haben, vielleicht jemand anders helfen. Das halte ich für eine steile These. Siehst du, da kann man schon direkt loslegen. Aber ist das so? Die meisten sind erst mal ja ich selbst. Und danach kann ich vielleicht jemand anderen helfen. Komm, einer habe ich noch. Wenn Sie von einem Menschen sagen, er habe Humor, meinen Sie damit, dass er Sie zum Lachen bringt oder dass es Ihnen gelingt, ihn zum Lachen zu bringen? Das Erste. Also wenn jemand Humor hat, dann ist das jemand, der mich zum Lachen bringen kann oder der mich erheitern kann. Und wie gesagt, da gibt es hier halt zu verschiedenen, also es gibt einen Komplex zu Liebe, dann gibt es einen Komplex zu Familie, dann gibt es auch einen zu Geld. Und einen zu Hoffnung. Also da sind halt verschiedenste Sachen. Und wie gesagt, in dem Theaterstück, die rattern quasi die Fragen runter. Und währenddessen machen sie so Performance-Art. Okay. Also schon experimentell, aber mit was zum Nachdenken. Mega. Also ich bin da rausgekommen. Ich war gut. Ich muss sagen, wir waren vorher griechisch essen. Und ich hatte dann halt auch schon einen Pilz und einen Uso drin. Aber ich bin da echt rausgekommen. Und ich war übelst begeistert. Also ich war halt so begeistert, ich habe mir auf meinem Weg noch das Buch bei Amazon bestellt mit den Fragen. Weil ich liebe ja auch das Nachdenken über sich selber und über andere. Also das ist ja eins meiner liebsten Hobbys. Das Nachdenken über andere. Ja. Okay. Findest du das nicht interessant? Weiß ich nicht. Ich habe schon Probleme mit mir selbst klar zu kommen, geschweige denn mit anderen. Dein Erkenntnis ist was, was Spaß macht. Schade so innerhalb der menschlichen Beziehung. Ja, aber du bist ja auch ein sozialer Typ. Ja. Ich nicht. Ich bin ja nicht ganz so sozial angehaucht wie du. Mich interessieren andere Menschen nicht ganz so wie dich wahrscheinlich. Ich liebe ja Menschen. Also die Menschen, die mir in meinem Alltag begegnen, für die interessiere ich mich ja immer. Und wie die so sind und warum die so sind und so. Ja, ganz ehrlich, du hast doch in deinem Job wahrscheinlich auch genug Menschen, wo du echt überlegst, boah, sag mal, was ist denn bei dir nicht richtig? Nee, aber das finde ich ja gerade die interessante Frage. Also ich sage es dir ganz ehrlich, wir haben ja viel mit Menschen zu tun, die halt soziale Probleme haben und die können aber ganz interessant auch Aufschluss darüber geben. Also der Hilfeempfänger an sich ist schon so interessant, weil der durch seinen Lebensweg und durch die ganzen Kontakte, die der wahrscheinlich auch mit Sozialarbeitern und so hat, sind die total reflektiert. Und die haben auch immer eine ganz interessante Lebensgeschichte zu erzählen. Also selbst die, die so ein bisschen anstrengend sind, da denke ich mir immer, Mensch, das ist aber wirklich ein interessanter Typ. Also ich habe auch mit sehr vielen Menschen zusammen zu tun an der Arbeit. Und du wärst froh, wenn es nicht so wäre. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, also die meisten davon sind eigentlich neutral. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ich arbeite im Kino, da gibt es ganz viele, die was von dir wollen. Meistens Kinokarten oder Popcorn oder sonst irgendwas oder dass eine Karte gescannt wird oder haben sonst irgendeine Frage. Die meisten sind einfach neutral. Da machst du deinen Job und denkst dir so, okay, hast du in zwei Sekunden wieder vergessen. Dann gibt es die ganz Netten, die dir in Gedächtnis bleiben, weil das halt echt zuvorkommende Menschen sind. Aber was am ersten Gedächtnis bleibt, sind halt die Vollidioten. Das ist mir leid. Aber es gibt die leider auch, dass du dir denkst so, boah, ganz ehrlich, warum gehst du eigentlich ins Kino, wenn du schon keinen Bock hast, die jetzt zu kommen? Oder denen geht halt alles auf die Nüsse, weil die nicht direkt drankommen. Da stehen zwei Leute vor ihnen, aber sie wollen direkt, dass du noch Kasse Nummer X öffnest. Wo ich mir denke so, warte doch einfach drei Minuten. Das geht schneller, als bis ich jetzt eine Kasse zusammen habe. Aber nein, da gibt es halt einige, die ganz gerne ihren Willen durchgesetzt bekommen wollen und dann ist das auch ganz schön. Dann hast du dann die Eltern, die ihren Kindern auch irgendwie keine Grenzen setzen können wollen, was weiß ich, die dann aus dem Kinofoyer eben einen Spielplatz machen, wo du dir auch denkst so, ist jetzt nicht so toppy hier, wenn die kleinen Teppichratten da hier durch die Gegend rennen, weil die achten ja auf nichts. Die rennen dir zwischen die Füße, die rennen alles um. Ich will ihnen das nicht mal vorwerfen, dass sie irgendwie willentlich oder irgendwie was beschädigen wollen oder andere nerven wollen, aber sie haben halt noch nicht gelernt, auf andere zu achten. Und deswegen rennen die halt wie die Wilden durch die Gegend und schaffen es halt trotzdem dann vielleicht den einen oder anderen zu stören dabei. Und ich darf es dann wieder richten. Ja, ich weiß nicht, ich bin schon seit jeher eher so Richtung Einzelgänger und ich glaube, ich werde auch nicht mehr der Riesenmenschenfreund in diesem Leben werden. Wer weiß, man weiß es nie vielleicht. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe und was noch alles passiert und keine Ahnung, es kann auch irgendwie dann irgendwann die große Eingebung kommen und ich denke mir so, boah, ja, die Menschheit ist wunderschön. Weiß nicht. Also ich sage immer, man sagt niemals nie, aber es gibt ja für alles Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist eher gering. Also ich sage dir ganz ehrlich, bei mir ist es so, je älter ich werde, desto besser wird alles. Ich muss auch sagen, ich merke das gerade wieder, ich war früher so voll der negative Typ und alles scheiße und alles so hoffnungslos, bla 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 und je älter ich werde, desto mehr werde ich einfach so ein richtig ekelhafter Optimist. Ganz ehrlich, ich werde irgendwann so ein alter Sack, der einfach nur am Fenster hängt, die Leute begafft und die anpöpelt. Man läuft nicht bei Rot über die Ampel und nimmt den Scheißdreck wieder mit. Ich bin so einer, der dann die ganzen Leute anpöpelt, den ganzen Tag. Der nichts Besseres zu tun hat, als am Fenster zu hängen und den Leuten auf den Sack zu gehen. Ich glaube, es ist so einer werde ich. Ja, aber dann versaut man sich ja selber nur den Tag, weißt du? Ach, ich muss sagen, für mich ist das echt so, wenn du jetzt hier, was weiß ich, wenn ich Freitagabend, Freitagnachmittag zum Beispiel, gehe ich noch irgendwie was einkaufen und was weiß ich, dann hast du so eine nette Situation mit irgendwem, den du da beim Einkaufen triffst. Irgendeine Omi, der musste was aus dem oberen Regal geben und da macht man noch irgendwie einen lustigen Spruch und alle lachen und gehen so auseinander und dann denke ich mir, ja Mensch, das hat mir den Tag so was von aufgehält. Nette Situation, finde ich super toll. Kommt halt nicht so häufig vor. Kannst du ja auch... Das kommt immer darauf an, wie man durchs Leben zieht, Dirk. Ich muss auch gestehen, ich habe mich ja schon ein bisschen, also ich war ja noch vor einem halben Jahr einer, wenn ich raus bin, Kopfhörer drauf, abgeschirmt, der Rest stur durch. Mittlerweile habe ich ja nicht jedes Mal einen Kopfhörer auf. Meistens habe ich die Kopfhörer nur dann nachts auf, wenn ich sowieso keine Menschen treffe. Aber ich habe mir jetzt auch gedacht so, okay, versuch doch mal ein bisschen mehr von der Welt mitzukriegen und laufe jetzt mittags, wenn ich durch die Stadt laufe, wenn ich jetzt in Thalia gehe, wenn ich jetzt einkaufen gehe oder sowas, auch ohne Kopfhörer durch die Gegend. Außer ich bin gerade in so einer Phase oder du hast halt gerade nicht den Bock, irgendjemanden anderen irgendwie belabert zu werden und dann ziehe ich halt die Kopfhörer auf. Aber ich versuche halt zurzeit echt weniger das so zu machen. Angefangen hat es dadurch, dass mein Datenvolumen leer war, wenn ich deswegen keine Musik mehr akzeptiere. Okay, dann hast du halt so links und rechts immer so ein bisschen so Gesprächsfetzen mitgekriegt und dann denkst du mir so, okay, das ist ja ein interessantes Volk hier, okay. Weiß ich nicht, vielleicht soll ich mich ja wirklich ein bisschen mehr in die Gesellschaft integrieren. Ob ich jetzt so der große Menschenfreund werde, ich weiß es nicht. Ich fährt in der letzten Zeit auch sehr, sehr häufig zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen, wo ich mir denke so, willst du das jetzt? Und da denke ich mir so, doch, komm, mach mal. Ja, kann ich nur empfehlen. Gut, letzte Veranstaltung, wo ich jetzt war, war eine größere, war eine Geburtstag von einem Freund, wo ich mit anderen Bekannten quasi hingefahren bin und da muss ich aber gestehen, dass ich nicht sehr viel über diesen Tisch hinaus mitbekommen habe. Dann hast du halt trotzdem mit deinen Leuten irgendwie da an den Tisch gehockt und hast halt eher mit denen gequatscht, als dass ich jetzt hergehen würde und hätte dann jetzt hier mich zu dem Nachbartisch mal gesetzt oder was weiß ich oder mit anderen Leuten irgendwie großartig gequatscht. Aber da sage ich auch, das ist doch okay, hattest du einen netten Abend? Ja, ja doch. Ja, das ist doch das, worauf es drauf ankommt. Und wenn man dann so halt so in so einem positiven Vibe unterwegs ist, ich merke das gerade wieder, wenn man positiv unterwegs ist, fliegen einem auch positive Sachen zu. Ich bin halt, tut mir leid, die meisten, die mich kennen, ich bin nicht unbedingt der positivste Mensch. Obwohl, alle sagen, ich wäre so mega negativ. Das bin ich aber auch nicht. Das finde ich gar nicht. Ich bin leider ein Realist. Ich denke mir halt nicht, da gibt es halt irgendwelche Situationen und da mache ich mir halt Gedanken, ja okay, was machen wir denn, wenn das nicht funktioniert? Was ist denn Plan B? Und alle dann direkt so, nö, nö, wieder negativ. Wo ich mir denke, bin ich negativ, ich bin nur gerne vorbereitet. Also ich denke nicht, dass das jetzt hier schief gehen wird, aber ich mache mir halt Gedanken darum, was machen wir denn, wenn? Aber ganz ehrlich, ich muss ja sagen, weißt du, was ich immer erzähle, wenn ich dich beschreibe? Oh ja, jetzt kommt's. Es können ihn mehr Leute, als er weiß. Nee, ohne Scheiß, ich erzähle dann immer, dass du mich insofern überrascht hast, dass ich halt immer dachte, ja gut, der Dirk, der sieht so ein bisschen nerdy aus, ne? Der wird dann eher so nicht so viele Kontakte haben und ich dann später gemerkt habe, so Moment mal, der Dirk ist so einer, der ist mega gut im auf Leute zugehen und der kennt halt auch so viele Leute. Also du hast mich in dem Sinne total überrascht damals, als wir uns kennengelernt haben. Also auf Leute zugehen weiß ich nicht, aber es kennen mich halt sehr viele, die sneaken. Und es kommen ja Leute auf mich zu, die dann sagen, ey Dirk, wie geht's denn? Und hier blablabla. Und ich denke mir die ganze Zeit so, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Bestimmt Sneak. Frag ich mal, wie die letzte Sneak war. Ah ja, Bingo, war die Sneak. Gut. Es kennen mich wirklich sehr, sehr viele Leute. Und ich frage mich dann jedes Mal so, mhm, ich spiele dann immer so, weißt du? Ich bin dann so, oh ja, okay, cool, ja. Wie geht's denn und so? Und ich denke mir die ganze Zeit, wer ist das? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber das ist ja auch eine Kunst. Ja, mittlerweile, nach zehn Jahren kriegst du das hin, oder? Ich mache das jetzt schon 16 Jahre, also. Ich habe so ein Ding. Oh, da hatte ich letzte Woche wieder einen. Nee, vorletzter Woche. Oh, das tut mir immer so leid. Ich mache ja, also für alle, die es nicht kennen, ich arbeite im Kino. Im Kino gibt es montags immer die Sneak Preview. Dort zeigen wir halt einen Film vor seinem offiziellen Start, aber wir verraten nicht, was läuft. So, vorher gibt es noch ein bisschen Rahmenhandlung. Ich stehe halt dann da vorne, erzähle ein bisschen Quatsch, werfe Poster, verlose Freikarten und so weiter. Und eine Möglichkeit, Freikarten zu gewinnen, ist halt, bei so einem kleinen Spielchen mitzumachen. Dann ist es entweder Singen, wir machen ein kleines Quiz, ich lasse irgendwelche Sachen suchen, irgendwelche Kleinigkeiten. Und da hatte ich jetzt vor zwei Wochen einen vorne, den hatte ich dann gefragt, wie er heißt. Ich sage den Namen jetzt nicht, ich nenne ihn einfach nur L. Und da habe ich gefragt, ey, hier, du siehst ein bisschen jung aus, wie alt bist du denn? Und da sagte er 16. Und dann denke ich so, schlecht. Er darf gar nicht da sein. Weil, da er ja vorher nicht verraten wird, was in der Sneak läuft, ist die Sneak halt ab 18, weil halt natürlich auch Horrorfilme kommen könnten, die ab 18 sind. Deswegen ist die Sneak automatisch ab 18. Hat er nicht so ganz verstanden, habe ich gesagt, ey, du darfst hier nicht sein, tut mir leid. Du müsstest jetzt deine Karten nehmen, wieder vorne an die Kasse gehen und einmal studieren lassen. Noch hast du Möglichkeiten, noch haben nicht alle anderen Filme begonnen. Geh doch in einen anderen Film. Mit 16 darfst du ja bis 10 Uhr draußen sein. Also, das geht. Also, dann kann er sich noch in einen anderen Film angucken. Da war jetzt noch Papi da gewesen, der da mit mir diskutieren wollte, weil er gesagt hat, ja, aber ich bin noch dabei, ich bin der Vater. Wo ich mir denke so, nee, das funktioniert aber nicht. Jugendschutzgesetz sagt, ist der Film ab 16 oder 18, müssen die Personen alle das Alte erreicht haben. Und dann hat er sich erst mal wieder hingesetzt und hat wohl darauf gehofft, dass ich das nicht merke. Aber fies wie ich bin, wusste ich ganz genau, wo er sitzt. Und habe ihn direkt noch mal darauf angesprochen, hier, ey, kein Spaß, gell? Also, jetzt hast du noch die Möglichkeit. Du wirst den Film leider, es tut mir wirklich leid, aber du darfst halt nicht mit dabei sein. Und dann sagte Papi noch, ja, dann gib ihm doch zumindest dann die zwei Freikarten, dann kann er dann wiederkommen. Ich muss sagen, ja, das bringt ja nichts nächste Woche. Das ist immer noch kein Achsenz. Das bringt ja nichts. Die Freikarten für in zwei Jahren, oder was? Ich habe ihm gesagt, ey, komm in zwei Jahren wieder, wenn du 18 bist, ich gebe dir noch zwei Freikarten. Das würde ich machen. Also, so nett bin ich ja manchmal, was heißt manchmal, eigentlich bin ich bei Freikarten oder beim Popcorn ziemlich, das ist ja nicht meins. Bin ich schon ziemlich spendabel, sage ich mal, oder ein bisschen netter. Wenn da hier, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn ich einen Gesangswettbewerb da drin habe und das Publikum entscheidet dann durch Klatschen, wer gewinnt, und ich kann bei beiden nicht sagen, ey, was ist denn jetzt mehr, das klingt alles beides gleich, dann sage ich einfach, komm, ihr habt beide gewonnen, dankeschön, weiter geht's. Bevor ich das da so lange noch in die Länge ziehe und dann irgendwie einer sagt, nee, aber das war doch bei mir mehr und mehr, hier, bitteschön, ihr habt beide gewonnen. Ja, beide ist, beide gut abgeliefert oder halt nicht, aber ihr habt zumindest beide genug Applaus bekommen, dann bitteschön, macht mal. Und das ist halt wirklich das, wo mich wahrscheinlich die meisten Leute halt kennen, durch die Sneak. Auch an der Straße, ich hatte einmal, keine Ahnung, wer das war, stand ich am Bahnhof mit meiner Ex-Mann und auch, das ist schon Ewigkeiten her, und da kam auch einer so, der war mit seinen Kumpels gerade da beim Dönerladen und war hellauf begeistert, als er mich gesehen hat. Keine Ahnung, ich bin so ein super Fan. Ja, aber du bist Lokalprominent, ne? Der dann auch so ankommt und so, hey, das ist der Dirk, das ist der Dirk, hier, guck mal, der Dirk ist da. Und seine Kumpels stand da und haben sich gefragt so, was will der, wer ist das? Der ist Dirk. Der ist Dirk. Der kennt keine Sau, was ist das? Und der so, oh, mega, cool, ja, und wie geht's, et cetera. Teilweise, ja, aber ich verstehe es halt nicht, diesen ganzen Rummel drumherum, weil ich mache einfach nur meinen Job, ich mache nichts Großartiges. Ich stehe da vorne, labere irgendwelchen, Blödsinn, teilweise ist es halt echt Blödsinn. Ich habe mal auf Facebook ein Video gesehen, wo jemand meine Moderation gefilmt hat, die zehn Jahre oder sowas alt ist. Ich erzähle immer noch dieselbe Scheiße wie vor zehn Jahren. Ich erzähle noch exakt dieselben Sätze, das ist wunderschön. Auch das ist ja irgendwie eine Kunst, oder nicht? beziehungsweise, das muss man sich ja auch erst mal trauen. Also, ich würde wetten, du hast auch Kollegen, die würden jetzt sagen, wenn einer sagt, hier machen wir die Sneak-Moderation, dass die sagen würden, also, da fühle ich mich aber nicht so wohl. Ich habe da echt Probleme mit, ne? Also, ich habe ja in der letzten Zeit leider immer wieder häufiger Probleme mit meiner Gesundheit, weswegen ich dann auch in der Sneak ausfallen musste. Ich habe natürlich dann meinen Kollegen Nikolaus, der die OV-Sneak macht. Wenn der Zeit hat, übernimmt er dann natürlich die Moderation von einer deutschen Sneak. Wenn er allerdings keine Zeit hat, dann wird es schon eng. weil dann habe ich nicht direkt jemanden, der das dann übernehmen könnte. Das ist dann eigentlich sehr, sehr schade, aber es ist auch nicht jeder dafür gemacht, weil du musst halt einfach davor, obwohl eigentlich ist es nicht schwer. Du gehst einfach davor hin, laberst mit irgendeinen Blödsinn und wirfst halt Popcorn und dann geht es los. Also, für mich ist es nicht schwer. Mag vielleicht daran liegen, dass ich das schon seit x Jahren mache, aber ich erzähle eigentlich schon blödsinn, seit ich angefangen habe. Das erste Mal, wo ich die Sneak machen durfte, das war, ich muss nochmal nachgucken, da lief nachts im Museum an. Da war die Sneak noch mittwochs gewesen und der damalige Moderator hat mich dann angesprochen. Da habe ich im Kino schon gearbeitet, hier als Servicekraft, habe ein bisschen die Seele aufgeräumt und Popcorn verkauft und sowas. Nicht Popcorn verkauft, Eis verkauft. Und der wusste, dass ich ein Sneaker bin. Ich gehe schon in die Sneak, bevor ich überhaupt im Kino angefangen habe. Also, kannte er mich schon, weil ich da auch schon so ein Dauergast bin. Und hat dann auch gesagt, so, ja, hier, ich kann heute nicht, du machst heute Abend die Sneak. Und ich wusste, wie, ich mache heute Abend die Sneak? Bitte, ich kenne zwar, ich kenne zwar die ganzen Sachen da drin, und ich kenne die Leute da drin, aber, äh, trotzdem, war es für mich dann schwer, Herz zu gehen und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt wirklich hin und, äh, erzähl denen was. Das war dann schon ein bisschen schwieriger gewesen. Aber, mein Glück war halt damals gewesen, als ich die erste Sneak gemacht habe, dass ich halt die ganzen Leute oder die meisten Leute da drin halt schon kannte. Wie gesagt, ich war ja dann auch schon Dauersneaker gewesen und, äh, da kannte man sich untereinander. Da war auch nicht so voll gewesen. Da waren vielleicht 30 Leute und 20 von den 30 kannte ich und dann war gut und ich habe trotzdem irgendeinen Blödsinn erzählt. Also, das dauerte sehr, sehr lange, dass dieses Lampenfieber wegging für die Sneak. Jetzt haben wir im Kino natürlich noch andere Vorstellungen. Nicht nur die Sneaks, sondern auch nochmal dieses Metropoliton, die Met, die Metropoliton, ich kann das scheiß nicht aussprechen, die Met, die Opa, so. Und da soll es dann natürlich auch immer eine schöne Moderation, Anmoderation geben. Und da habe ich immer Muffensausen, wie sonst was. Ich hasse es. Ich hasse es quasi dann, davor zu gehen und dann, ja, einen schönen guten Abend. Das ist natürlich alles ein bisschen gehobener. Also, die Met kostet auch ein bisschen mehr und du hast dann wahrscheinlich auch dann Leute drin, die etwas gehobener sind als jetzt in der Sneak gehen. Meistens Studenten. Denen ist das kackegal, was du davon erzählst. Aber so ist es ein Popcorn. Und da gehst du jetzt vor Leuten, die natürlich dann schon eher drauf achten, was du da machst. Und da habe ich dann schon echt und dann musst du dann immer diesen Titel. Und ich kann teilweise die ganzen Opern halt nicht aussprechen. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Und dann stehst du da, dann zielst du das so runter und dann hast du dann später nochmal die Anmoderation von der Met selbst und dann merkst du dann so, ach so, wird er dort gesprochen. Dann hast du ja komplett falsch gemacht. Ah, das ist immer. Und dann ist es sowieso live. Das heißt, du hast im Hintergrund auch nochmal dann meistens so eine Szenen einfach außen aus der Met raus. Dass irgendwo die Leute zeigen oder die Bühne zeigen, hinter der Bühne zeigen. Und du musst aufpassen, dass du nicht zu lange quatschst, weil ansonsten fangen die schon an, aber der Ton ist noch auf dein Mikro gestellt als jetzt quasi auf den Ton von der Met. Und da musst du dann ganz schnell springen und sagen, oh, jetzt geht es aber los und bla bla bla. Nee, also, hm, ich kann ganz viel Blödsinn quatschen, aber wenn es dann ernst wird, dann wird es schon schwieriger. Ich muss aber sagen, so was kommt ja auch immer mit der Zeit. Also ich weiß noch bei unserem ersten Livestream, oh mein Gott, da war ich mega nervös. Also, da war ich mega nervös, weil man ist das ja auch nicht gewohnt, dass das aufgezeichnet wird. Oder mir sagen ja auch immer wieder Leute, dass sie sich selber halt nicht so gerne hören in der Aufnahme. und auch da sage ich, das ist mir mittlerweile Wuppe, weil ich nehme mich halt jede Woche selber auf mittlerweile, ne? Ich muss aber sagen, ich höre mir das, ich höre mir das nie an. Ich gucke mir das auch nie an. Also unsere Aufnahmen höre ich hier, also gut, ich gucke mir das natürlich beim Schneiden dann nochmal an, aber ansonsten dann halt auch nie wieder. Soll ich vielleicht mal machen. Man sollte sich dann, wir haben jetzt hier, ich weiß gar nicht, das ist jetzt Podcast Nummer 94 oder sowas. Vielleicht sollte ich mir beim Hundertsten mal den ersten nochmal anhören mit dem Nicken so, oh mein Gott, vor zwei Jahren haben wir aber einen Blödsinn erzählt. Ey, das könnten wir als Special machen. Wir hören uns quasi selbst an. Zusammen nochmal unseren alten Podcast an und pausieren dann und schnacken dazwischen. Ja, das wäre eine Idee. Aber ich habe mir teilweise schon Videos von uns angeguckt und habe mir gedacht, jo, eigentlich sind wir doch ganz unterhaltsam. Ja, ich kann mich auch selbst schwer sehen. Auch bei Fotos oder sowas, egal was für Fotos, du machst, ich finde mich immer hässlich und ich finde immer alles mies. Was ganz Übel ist, was jetzt gerade auch wieder bei uns im Kino bei den Neuen irgendwie so die Runde macht, ich habe ja mal, jetzt spreche ich es selbst an, ich habe mal bei Richter Alexander Holt mitgemacht, als Angeklagter. Ah, das hast du schon mal gesagt, glaube ich. Ja, ich kann mir das nicht angucken. Es geht nicht, das ist einfach so schlecht. Du wolltest mir das mal hochladen und hast es dann nie gemacht. Ist doch, glaube ich, hochgeladen, oder? Ich muss mal gucken. Ja, irgendwo ist es vielleicht. Ich hatte es, glaube ich, mal hochgeladen. Ansonsten kann ich das gerne noch machen. Ich habe das Ding natürlich hier, aber ich sehe es halt so ungern an. Es ist einfach nur schlecht. Also meine schauspielischere Leistung ist halt für unter die Tonne, aber man muss auch sagen, bei Richter Alexander Holt ist es halt auch so gewesen, du hast dein Drehbuch bekommen, das hast du dann eine Woche gelernt, dann bist du da hingefahren und dann wurde das ein Einrutsch runtergedreht. Da hat keiner irgendwie auf Qualität geachtet. Die haben einfach nur gedacht, okay, das passt, der hat keinen Blödsinn erzählt, lassen wir. Ob du das jetzt richtig schön erzählt hast oder ob du richtig reagiert hast, das war denen egal. Die haben sowieso ganz viele Sachen auch dann am Ende rausgeschnitten. Das heißt, die haben sich auf dem Material, was sie hatten, einfach das Beste zusammengesucht und dass es irgendwie so halbwegs Sinn ergibt von der Story her und dann ist gut. Also das ist jetzt auch schauspielerisch nicht unbedingt so die größte Anforderung. Ja. So, jetzt sind wir aber schon wieder hardcore abgedriftet. Wie sind wir denn jetzt da hingekommen? Von Menschen und was sie sich überkennen? Ja, das ist halt dieses, was ich gesagt habe. Man macht ein paar Fragen von Max Frisch und plötzlich hast du eine lebensphilosophische Diskussion am Kranke. Ob die jetzt so lebensphilosophisch war, weiß ich nicht. Dirk erzählt halt Blödsinn und das nie. Und es kennen mehr Leute als er sie kennt. Auf jeden Fall, dann komm, dann mache ich einfach weiter und zwar, das war am Mittwoch und am Samstag waren wir dann nochmal, also das war jetzt Samstag vor die Woche. Ersten Oktober war das wahrscheinlich. Genau. Nee, also am 30. war das. Und da waren wir dann in Fabian oder der Gang vor die Hunde. Das sagt mir was. Da gab es nochmal einen Film zu, oder? Ja, genau. Da gab es einen Film zu und das ist ein Buch von Erich Kästner. Und mein einer Kollege, der ist halt so mega der Erich Kästner-Experte. Da kam jetzt auch irgend so ein Erich Kästner-Buch raus, da steht er auch selber mit drin. Also der hat irgendwie Germanistik studiert und ist halt mega die Koryphäe da. Okay. Und er wollte das deswegen unbedingt sehen und ich muss sagen, ich saß da drin und hab mir gedacht, boah, was ist das für eine Scheiße. Also, aber das ist ja auch ein Film gewesen, den du angucken wolltest. Irgendwie war da was, oder? Ich glaube, der Film hat dich interessiert. Ja, kann sein, aber der war auch so scheiße lang. Deswegen hab ich mir den vorher nicht angeguckt und wir saßen quasi da mit der Konstellation. Mein Kollege, der Fabian, der kannte alles. Also der kennt das Buch, der kennt den Film, das ist mega der Experte. Dann hatten wir halt noch die Katharina dabei und die hatte halt den Film gesehen und ich saß da und hab gesagt, Erich Kästner kenne ich nur von Emil und die Detektive und das war's. Also ich hatte gar keinen Plan und in der Pause war ich mit der Katharina was zu trinken holen und hab da schon gesagt, du, also, ganz ehrlich, für mich ist das hier Rotz. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also in der Story ist es halt irgendwie so, dieser Fabi, also für mich war das Theaterstück quasi, da ist so ein Typ 1920 oder so und der ist die ganze Zeit in eine Kneipe gehen und irgendwelche neuen Weiber aufreißen und das war, und das ging drei Stunden ging das so. Und ich saß da echt und hab mir gedacht, boah, das kann nicht wahr sein, ne? Und Katharina hat gesagt, also sie hätte das auch gar nicht verstanden, wenn sie nicht vorher den Film geguckt hätte und Fabi hat auch gesagt, also, das war jetzt irgendwie totaler Quatsch. Also, er fand das jetzt nicht scheiße, weil er wusste ja auch, worum es eigentlich geht, aber der hat auch gesagt, also so ohne Vorwissen kann das nix sein. und da hab ich gesagt, jo, ich hab auch kein Vorwissen und für mich war das totale Scheiße. Ja, also erst noch mal den Film gucken und dann weißt du vielleicht eher Bescheid, was dieses Theaterstück dir eigentlich sagen wollte. Ja, der Film soll auf jeden Fall besser sein. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ich fand das irgendwie, das hat sich dann wieder nicht gelohnt, aber gut, hinterher haben wir noch ein paar Cocktails gesoffen und dann war die Welt auch wieder in Ordnung. Da hat man sich das Theaterstück einfach schön gesoffen und gut ist. So ist es. Ach nee, ja. Ansonsten habe ich noch zwei meiner Lieblingsfilme diese Woche geguckt. Der erste war Der Ja-Sager. Ach, du bist gerade wieder aus so diesem philosophischen Trip, oder? Ich bin gerade wieder so, ja, und auf so einer positiven Welle unterwegs. Der Ja-Sager, Jim Carrey, Jim Carrey ist natürlich eine Koryphäe. Es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass er gesagt hat, nee, okay, ich bin jetzt eigentlich mit der Schauspielerei durch, obwohl ich es natürlich jetzt gönne. Ich meine, der Mann ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber er hat halt ein Talent, was du ansonsten nicht so häufig halt siehst. Das ist halt kein 0815-Schauspieler, den du so ersetzen kannst. Das ist wirklich einer, der ist halt auch, ich weiß nicht, ob er auch privat so drauf ist, aber du hast immer das Gefühl, der ist halt lustig drauf. Der hat halt immer seinen Humor mit drin und der kann halt auch mit seinen Gesichts Grimassen schneiden. Alter, Falter. Ich habe da das letzte irgendwie so bei Instagram so ein Video geguckt, also gestern habe ich das sogar gesehen, wo er irgendwelche Freunde trifft und die Mutter von der Tochter sagt, okay, guck mal hier, das ist der Grinch. Und dann kann der wirklich dieses Gesicht so machen, wie in einem Film der Grinch, wo die Eltern gesagt haben, oh, ich dachte, das wäre eine Maske. Und ganz ehrlich, ich dachte das auch, aber nein, der kann wirklich sein Gesicht so verziehen. Das ist schon echt so ein Gummigesicht, ey, das ist hart. Das ist aber, also, Jim Carrey ist halt wirklich ein Ausnahmeschauspieler, den du halt echt nicht so häufig siehst. Und ich glaube, der ist auch für jeden Spaß irgendwie zu haben, aber auch für ernstere Rollen. Ich meine, in der Truman Show oder sowas hat er ja auch dann eher was Ernsteres gespielt. Aber wenn es halt Komödien sind, der ist halt sich für nichts so schade. Der macht halt jeden Blödelei mit. Es gibt ja auch diesen Film Number 23 oder irgendwie so heißt der. Und der ist ja komplett ernst. Also da ist Null, Komma Null Humor oder hier Vergiss mein Nicht. Da ist er ja auch. Das ist dieser Liebesfilm mit Kate Winslet. Das ist ja auch komplett ernst. Also da gibt es keine Grimasse, da gibt es keinen Humor und der macht das top. Obwohl man ja halt eher durch die Komödien kennt. Ich meine, wenn ich Jim Carrey jetzt irgendwie auf dem Plakat sehe, dann gehe ich eher davon aus, das ist eine Komödie oder kein Drama. Ja, ja gut, das stimmt auch wieder. Aber ich muss noch mal sagen, der Ja-Saga, das ist einfach, das ist so ein richtig positiver, lebensbejahender Film. Weißt du, und das passt ja eigentlich zu dem, was wir vorher auch gesagt haben, die Quintessenz vom Ja-Saga, das sagt er ja dann später, ist, dass man nicht zu allem Ja sagen soll, aber zu den Sachen, von denen man tief in seinem Herzen weiß, dass man eigentlich Ja sagen will und man kann sich nur nicht überwinden. Also, top, mega geiler Film. Und ich glaube, du hast bei mir gerade ein Standbild. Ja, ich habe jetzt gerade auch nur ein bisschen was abgehaktes bekommen. Wir sind halt, wir sollten echt, ich habe dich vorhin noch gefragt, wollen wir das wirklich nutzen, das Programm, was wir immer nutzen, Skype? Oder wollen wir was anderes ausprobieren, weil wir in der letzten Zeit halt immer wieder irgendwelche kleinen Problemchen hatten mit Skype. Aber ich habe so abgehakt mitbekommen, dass du den Ja-Saga immer wieder ganz nett findest und Spaß dran hast, um zu gucken, weil er halt dann lebensbejahender Film ist. Genau, und ich habe dann halt noch gesagt, das schlägt auch eine Brücke zu dem, was wir vorher besprochen haben, nämlich, dass man einfach Ja sagen sollte zu den Sachen, von denen man tief drin weiß, dass man Ja sagen will. Ja, manchmal traut man sich einfach, nicht. Oder du denkst dich so, oh nee, wenn ich da jetzt hingehe, kann nett sein, kann aber auch stinkenlangweilig sein, hier habe ich eher keinen Bock drauf. Aber ja, vielleicht sollte man öfters dann einfach sagen, okay, dann probiere es halt aus und naja, nachher bist du schlauer. Genau, und dann gestern haben wir dann 500 Days of Summer geguckt. Ja, der ist auch gut. Der ist nicht unbedingt so lebensbejahend, aber ich mag diese Diskrepanzen, die sie ganz gerne einbauen. Ich mag diese Szene, wo frisch verliebt ist, so ein Disney-Look hat, so wirklich die Vögel um ihn rumzwitschern, alles ist ganz toll, batz, und dann ist es Tage, x Tage später und dann merkst du so, alles scheiße. ich muss auch sagen, also ich muss ja sagen, bei 500 Days of Summer sage ich, das ist so ziemlich der realistischste Liebesfilm, den es so gibt und ich muss sagen, was ich an dem so geil fand, ich habe mir den ja angeguckt, das erste Mal, weiß ich, da war ich 18 oder so und ich habe mich von dem Film sehr oft ertappt gefühlt, also weil ich gedacht habe, so hm, also genau so denkst du auch oder genau so geht es dir auch öfters mal. Also zwei finde ich total, also zwei Szenen, wo es mich echt gepackt hat, das ist einmal die, da sitzt er da mit seinen Freunden und sagt so, okay Leute, mit Summer ist es aus und dann so, ja okay, was ist passiert und dann erzählt er quasi, wie die beiden im Aufzug sind und er fragt so, ja wie war dein Wochenende und sie sagt dann, es war gut und dann sagt seine Freunde so, hä, raffe ich jetzt nicht und dann sagt er so, ja sie hat gesagt, es war gut mit der Betonung auf gut, das heißt, sie hatte am Wochenende Sex mit jemandem, den sie im Fitnessstudio kennengelernt hat und da habe ich mir halt auch immer gedacht, dieses reininterpretieren von so klein, oder das negative reininterpretieren von so, in so Kleinigkeiten, das ging mir schon oft auch so. Bin ich auch gut drin. Also ich weiß, ja, also ich weiß nicht, das kennt man ja wahrscheinlich, ich meine, das kann ja schon bei Sachen sein, was weiß ich, wenn dann die Antwort, die du bei WhatsApp kriegst, nicht so ist, wie man das gerne hätte, dass man dann schon wieder denkt, oh stimmt da was nicht und das hatte ich zum Beispiel neulich auch wieder, wo ich dachte so, ach, das ist doch alles Rotze und dann habe ich nochmal so drüber nachgedacht und mir so gedacht, Moment mal, aber eigentlich, es gibt gar keine objektiven Kriterien, dass deine negative Annahme stimmt, das ist einfach nur so ein inneres Gefühl, was aber mit der Realität gar nichts zu tun hat. Und wenn man da nicht drüber quatscht, kannst du auch ganz schnell irgendwie zu Streitigkeiten oder einfach zu Diskrepanzen kommen, wo du meinst, was habe ich gemacht? Ich habe doch, ich habe doch nur was geschrieben, warum ist sie jetzt sauer auf mich? Ich habe da sogar ein relativ gutes Beispiel zu und zwar habe ich mit einer Freundin des letzten neun Sport angefangen, nennt sich Disc Golf, reden wir später nochmal ein bisschen drüber und sie hat mir dann ein paar WhatsApps nochmal so geschickt, oh guck mal hier, da gibt es einen Store hier in Dortmund, da kann man dann auch mal die Scheiben sowas ausprobieren und sowas und man hat halt echt gemerkt, okay, sie interessiert sich dafür, ich finde das auch echt cool, aber wie gesagt, quatschen wir später nochmal drüber und dann habe ich halt darunter geschrieben, okay, du bist ja direkt voll in Flamme dafür, das hat sie aber allerdings irgendwie negativ aufgenommen und ganz ehrlich, glücklicherweise ist sie jemanden, die dann damit auch direkt so rausrückt, die dann sagt, hier, ey, das fand ich jetzt nicht gut, ich habe das so und so aufgenommen, wo ich mir gedacht habe, nee, 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 so war das gar nicht gemeint. Ich dachte Feuer und Flamme so in der Richtung, was positiv ist, dass du sagst, okay, du interessierst dich sehr dafür und du brennst für das Thema und du guckst auch direkt nach Zeug und wo was ist und bla, 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 das habe ich nicht als negativ, absolut nicht, aber sie hat es für sich erst mal negativ aufgenommen. Hätte sie mich nicht darauf hingewiesen, wäre das wieder irgendwie so in sich hineingefressen und bla, bla, bla und dann irgendwann hätte sie sich gefragt, was habe ich denn jetzt gemacht? Deswegen ist schriftlich eigentlich auch immer schlecht. Ich mag absolut keine Sprachnachrichten, die sind einfach nervig, die sind scheißenlange, weil dann jeder auch dann meint, er müsse nicht kurz und knapp, bei Textnachrichten machst du einfach kurz und knapp. Hast du eine Sprachnachricht, hat jeder irgendwie das Gefühl, er müsste ein halbes Diktat runterrattern, so fünf, sechs Minuten irgendwie was runtererzählen und du stehst dann da und denkst so, ey, ich, ich höre mir das jetzt nicht fünf, sechs Minuten an, ich habe da gerade keine Zeit zu, ich bin an der Arbeit, an der Arbeit kannst du mal so bei Sprachnachrichten mal kurz drüberlesen, kurz drauf antworten und gut ist, aber nicht, du hörst ja jetzt nicht fünf, sechs Minuten irgendwie, irgendwie einen Text an, aber da kannst du eher rüberbringen, was du ausdrücken willst, als wenn du nur Text hast. Alles hat seine Vorurteile. Ja, sehe ich genauso, aber ich muss auch sagen, die Sprachnachricht kontrakariert eigentlich genau das, was ich so geil finde an moderner Kommunikation, dass man das auch nebenbei machen kann, weißt du? Also ich gucke ja zum Beispiel auch gerne mal eine Serie und chatte dann so und wenn mir dann einer eine Sprachnachricht schickt, denke ich mir auch so, nein Mann, das will ich nicht, ich will hier meine Serie gucken und nebenbei mal antworten. Auf jeden Fall zurück zu 500 Days of Summer, da gab es dann, und da gibt es noch die andere Szene, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, da ist er bei Summer, nachdem alles schon quasi so im Arsch ist, auf eine Party eingeladen und dann siehst du links seine Erwartung und rechts im Splitscreen siehst du halt die Realität. Und da liegen Welten dazwischen und auch das war sowas, wo ich mir dachte so, ey, das ist einfach so wahr, dass man immer mit so einer falschen Erwartungshaltung auch reingeht und dann halt auf die Schnauze fällt. Aber die schönste Konklusion, das mir gestern wieder aufgefallen an dem Film ist ja eigentlich, ist ja so ein bisschen so, er ist ja der hoffnungslose Romantiker und sie ist so ein bisschen mehr rational und sagt so, ja, nee, du, pass mal auf, ich will mich gar nicht binden, das fruchtet ja eh alles nicht und ich will auf keinen Fall die Freundin von irgendwem sein und so. Und die schönste Konklusio ist ja eigentlich, dass es mit den beiden ja nicht klappt. Spoiler übrigens, aber der Film ist von 2009, also selber schuld, wenn er den noch nicht gesehen hat. und die Konklusio ist aber, dass er trotzdem Recht hat. Also sie heiratet dann da jemand und sie sagt ihm ja, dass er Recht hat mit dem, also dass er ans Schicksal glaubt und an die Liebe und so und obwohl er so mega enttäuscht ist, hat er eigentlich Recht und das fand ich doch dann irgendwie wieder so eine schöne Klammer. Ja, es ist ein interessanter Film. Er hat kein richtiges Happy End, was man erwarten würde. Ja. Aber er hat trotzdem irgendwie ein Happy End. Ja, der ist echt fantastisch. Also ich kann wirklich, ich sag, wenn mich immer, wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsfilm, dann sage ich 500 Days of Summer. Nee, da kommen andere davor. Aber ich finde den, ich finde den schon echt auch gut. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, als ich den das erste Mal gesehen habe, als er rauskam im Kino, fand ich den schlecht. Ich habe den, glaube ich, erst mal im zweiten oder dritten Mal so richtig dann, so richtig aufgenommen. Was heißt gerafft? Aber dann halt so akzeptiert, okay, dann ist es halt keine Lost Story. Aber es ist ja, das ist schwierig, hier ist ja doch irgendwie einer, aber nicht die, die ich sehen wollte. Oder nicht die. Ja, also wenn man da reingeht und sagt so hier, was weiß ich, Pretty Woman, das ist mein Lieblingsfilm und ich will sowas nochmal sehen, dann wird man bitterlich enttäuscht. Ja, ja, aber das ist doch mal gut, dass man was anderes sagt. Ja, ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen Modern Family geguckt. Das war es. Ja, was habe ich denn noch geguckt? Ich habe noch gesehen, was war denn der vorige Sneakfilm, überlege ich gerade? Ist doch wurscht. Ich habe noch gesehen eine Serie. Ich habe jetzt wieder umgeswitcht auf Disney Plus und ich habe angefangen mit Loki Staffel 2, was ganz praktisch ist, dass Disney Plus gerade so günstig war, weil Loki jetzt gestartet ist. Ich habe die erste Folge bisher gesehen und ich habe mich gefragt, what the fuck, ich raffe hier gar nichts mehr. Ich weiß noch, als die Staffel 1 zu Ende ging, war für mich vieles klar. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist mega, das macht alles Sinn. Jetzt kommen auch Sachen zusammen. Das ergibt jetzt alles Sinn. Ich habe jetzt Staffel 2 angefangen und ich habe immer so, was treibt der da? Wo ist der da? Was machen die da? Was will der jetzt da? Ich glaube, ich brauche noch mal ein Recap von Staffel 1, um da wirklich jetzt mal zu realisieren, was der jetzt eigentlich abgeht. Also ich fand die Folge 1 trotzdem gut. Die war auch sehr amüsant, aber ich habe sehr, sehr häufig irgendwelche Fragezeiten noch mal im Kopf gehabt, wo ich mir dachte so, boah, wie war das jetzt noch mal mit der TVA und was wäre es das jetzt noch mal und warum machen die das jetzt? Keine Ahnung. Aber trotzdem fand ich sie sehr, sehr gut gemacht. Sie haben auch einen, einer meiner, was heißt Lieblingsschauspieler, aber einer, der seit dieses Jahr mir sehr sympathisch geworden ist, den, wie heißt der, Kei Kukwa, oh Gott, wie heißt der gute Typ, der Scheudi gespielt hat hier bei den Gianna Jones und der Tempel des Todes, der jetzt den Oscar gewonnen hat bei Everything, Everywhere, All at Once. Ja, ich weiß, welchen du meinst, Kei Hui Kwan. Kei Hui Kwan, genau so. Kei Hui Kwan. Der hat halt einen bisschen schwierigeren Namen, aber jetzt, der hatte auch eine Rolle und das passt auch wieder so. Also ich finde ihn sehr sympathisch, den guten Mann und das ist auch wirklich einer der, der Leute, den ich seinen Oscar sowas von gegönnt habe, weil er halt nicht damit gerechnet hat und sich so darüber gefreut hat, also wirklich drüber gefreut hat, der dann nicht da vorne oben stand und gesagt hat so, ja, okay, dann danke ich mal meiner Familie und meinen Produzenten und den Regisseur, sondern der stand da oben und hat wirklich keine Ahnung gehabt, was er da eigentlich treibt und hat sich so gefreut drüber. Und der hat jetzt natürlich da jetzt auch eine Rolle bekommen in Loki Staffel 2 und die finde ich auch bisher sehr sympathisch. Ja, ich muss sagen, ich habe, das ist irgendwie an mir vorbeigerauscht. Also ich habe mal gesehen, dass das gelaufen ist oder dass Loki jetzt wieder angefangen hat, aber ich hatte jetzt noch nicht die Zeit und die Muße, mich hinzusetzen und das anzufangen. Hattest du Loki Staffel 1 gesehen? Ja, und fand es mega. Ja, genau. Mich würde dir auch mal interessieren, wenn du jetzt Folge 2, also Folge 1 von Staffel 2 guckst, ob du dann auch erst mal da stehst und dich fragst so, was habe ich verpasst? Was habe ich alles vergessen? Nein, ne? Ja, das ist eher so die Frage. Also ich, mein Vorteil ist natürlich, ich habe Loki schon zweimal gesehen. Okay, gut. Also vielleicht ist deswegen, habe ich deswegen das Glück und ist ein bisschen mehr noch kleben geblieben. Mir ging das ja mal so ganz schlimm bei hier tote Mädchen lügen nicht. Weißt du, da wo sie sich umbringt und schickt dann halt so Kassetten, wo sie dann erzählt, warum. Und da gibt es auch noch eine zweite Staffel und da saß ich echt da und ich habe die zweite Staffel angemacht, habe die erste Folge gesehen und habe mir gedacht, ich weiß nichts. Ich weiß komplett gar nichts mehr aus der ersten Staffel und es macht keinen Sinn, das weiter zu gucken und die erste noch mal zu gucken wollte ich dann auch nicht. Ich mache da meistens bei YouTube meistens diese Recap-Sendungen, die da einfach kurzen zehn Minuten einfach nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Ich habe auf Disney Plus da noch eine andere Serie angefangen, weil die mir so häufig irgendwo immer wieder angeboten worden ist, weil sie gesagt haben, so boah, die ist mega gut, musst du dir angucken, nämlich The Bear. Ja, wurde mir jetzt neulich auch wieder empfohlen von einem Kollegen, der gerade ist, ein Kollege von mir ist gerade dauerkrank und dann habe ich so gesagt, so yo, ich hoffe, du hast wenigstens die Zeit genutzt, um ein bisschen Serien wegzuballern und dann das erste, was er geschrieben hat, ist, guck dir The Bear an, das ist mega geil. Ich habe da jetzt noch nicht so viele Folgen geguckt, ich glaube vier oder sowas, es geht halt um einen Gourmetkoch an sich, der jetzt allerdings in so einer Sandwich-Belunke abhängt, weil sein Bruder, der hat Selbstmord begangen, Michael, und unser Darsteller heißt Kami und der hängt jetzt in diese Sandwich-Belunke da rum, weil er einfach versucht hat, das Vermächtnis seines Bruders irgendwie zum Laufen zu kriegen und das ist halt so eine abgeranzte Bude, wo die ganzen Mitarbeiter eigentlich kein richtiges Zusammenspiel haben, wo das Messer auf dem Boden rumfliegt, wo eigentlich nichts funktioniert. Die machen dann irgendwie Spaghettis und dann hauen sie aber die Tomatensauce noch irgendwie aus der Dose dazu und keine Ahnung und der überlegt sich halt, okay, wie kann man da was Besseres draus machen, was Gehobeneres draus machen, wie kann man den Laden hier richtig zum Laufen bringen, dass das auch wieder Geld abwirft, weil der ist natürlich jetzt hoch verschuldet durch den blöden Laden, weil der Bruder sich dann immer wieder Geld geliehen hat und der gibt sich halt echt Mühe, diesen Laden wieder zum Laufen zu bringen, obwohl da er nennt sich zwar ich glaube Cousin oder sowas, aber er ist glaube ich gar nicht verwandt mit denen, aber das ist zumindest ein guter Kumpel gewesen von seinem Bruder, der dann eher so das Sagen in diesem Laden hat und mit denen gerät halt auch öfters aneinander, weil der halt, der sagte, okay, wir machen das so, wie es immer war, während Kami jetzt sagt, so kannst du es halt nicht laufen lassen, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir dann vielleicht was Besseres draus machen können und er will was Besseres draus machen. Intelligent erzählt ist es eigentlich dadurch, dass er halt jetzt eine neue Praktikantin angestellt hat und man quasi mit ihr so immer so die ganzen Beziehungen und bla 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 mitbekommt, dass er das nicht direkt so immer von irgendwelchen Leuten erzählt wird, ach ja, übrigens weißt du noch, sondern man bekommt so nach und nach durch Erzählungen, die sie halt mitbekommt, dann auch so die die ganze Geschichte so ein bisschen mit. Und der ist halt jetzt erst mal komplett unten, der denkt sich, boah ey, wo bin ich hier gelandet? Man versucht da natürlich was Gutes draus zu machen, der versucht natürlich dann auch irgendwie ein Teamwork irgendwie zusammenzukriegen. Ich weiß nicht, hast du mal Overcooked gespielt? Overcooked? Das sagt mir. Ja, das ist so ein Spielchen, wo du einfach in der Küche arbeitest und du musst halt versuchen, schnellstmöglich irgendwelche Gerichte rauszukriegen und da musst du halt dann erst die Zwiebel schneiden, da musst du die Tomaten schneiden, da musst du dann halt Sachen zusammenbauen dann. Und das spielst du halt mit mehreren Leuten und am besten sprichst du dich halt ab. Wenn das nicht funktioniert, gibt es Chaos. Und genau so ein Chaos habe ich irgendwie das Gefühl, hat er bisher in seiner Küche drin und dann versucht er jetzt ein bisschen Ordnung reinzukriegen, dass er da halt ein Team hat, was dann halt auch funktioniert, wo jeder weiß, was sein Job ist, was er machen muss, damit das halt funktioniert. Und bisher finde ich es eigentlich ganz cool, vor allem wenn er dann halt irgendwie anfängt zu kochen und dann irgendwie was macht, dann erinnere mich das so ein bisschen an Schokolade-Kinosoma. Wenn der halt irgendwie was kocht, dann kriegst du immer Lust, ey, boah, ich will jetzt auch was kochen, ich kriege jetzt Hunger. So wie bei Kiss the Cook. Ja, das ist sowas. Ey, ganz ehrlich, Kiss the Cook ist die lasche Variante, wo eigentlich alles total happy ist und das ist jetzt die Variante, wo echt alles am Arsch ist und der wirklich von null beginnen muss. Bei Kiss the Cook war es ja so, okay, der hat keinen Bock mehr gehabt auf seinen Job, der hat sich einfach so einen Wagen gemietet und dann ist er rumgefahren und alle waren direkt happy und es hat alles funktioniert. Das war so ein Feelgood-Movie und das ist jetzt die andere, das ist die realistische Version quasi davon, aber ja. Und bisher ist es interessant genug, dass ich sage, okay, jetzt würde ich aber wissen, wie es weitergeht. Boah, klingt gut. Also ich muss sagen, The Bear ist auch auf jeden Fall noch auf meiner Liste, weil wie gesagt, man hört von jedem, dass das geil sein soll. Ja. Ja, also ich könnte dir noch erzählen, ich habe, weißt du, worauf ich gerade Bock habe, aber das ist echt schon fast ein bisschen zu crazy. Jetzt kommt. Ich folge ja, ich folge ja James McAvoy auf Instagram. Also James McAvoy, der hat ein ganz sympathisches Insta, ne? wo er so halt, der postet jetzt nicht viel, aber ich finde den irgendwie, das ist ein sympathischer Typ. Und der hat jetzt da gepostet, dass er selber in einem Musical war. Und zwar in dem Musical Sunset Boulevard, was halt quasi die Vermusicalung von einem Film ist, von einem relativ alten Schwarz-Weiß-Film. Und in der Hauptrolle ist Nicole Scherzinger. Und James McAvoy hat das mega weggelobt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt übelst Bock, mir das anzugucken. Aber das würde halt heißen, dass ich mir jetzt ein Wochenende bis zum 6. Januar überlegen müsste, wo ich nach London fliege, um mir das dann da in London halt anzugucken. Wait, 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 du fliehst nach London? Nein, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich will mir diese Musical angucken, dann müsste ich mir jetzt ein Wochenende überlegen, im November wahrscheinlich oder im Dezember, wo ich sage, yo, da fliege ich jetzt nach London, Freitag nach Arbeit, gucke mir Samstag das Musical an und Sonntag fliege ich wieder zurück. Warum nicht? Ja, ist halt teuer, ne? Ist so auf jeden Fall das große Problem. Ich meine, wenn du hier so sehen, so sitzen willst, dass du richtig gut was siehst, dann kostet eine Karte 245 Pfund. Ja, dann sind die Flugkosten ja egal. Ich habe mir gerade gedacht, dann eh wieder mit Rheinair und dann ist es auch schnurz. Oh Gott, oh Gott, Rheinair. Ja, gut. Mag Rheinair. Als du gerade gesagt hast, wow, da wird teuer, dachte ich erst mal so, okay, die Flugkosten und sowas, aber nein, die Karten sind teuer. Ja, die Karten sind halt, gut, es gibt auch Karten, wenn du sagst, du sitzt jetzt so ein bisschen weiter hinten, das finde ich ja, ja gut, das sind auch immer noch 97 Pfund. Ja gut, und hier ein bisschen weiter hinten sind 77 Pfund. Es gibt auch welche hier, 37,50, aber dann sitzt du halt im Grand Circle. Ja, da sitzt du am Ausgang, quasi. Ja, genau, gerade ganz hinten. Da brauchst du noch dein Fernglas und dann kannst du dann irgendwie sehen, okay, da vorne ist er da. Guck, aber wenn ich jetzt hier sagen würde London und ich sag mal, ach, was sage ich denn mal? Sagen wir mal einfach, wir nehmen hier den 24. November und fliegen zurück am 26. November, dann kostet mich statt hin und zurück 76 Euro. Na, das geht ja sogar noch. Wie gesagt, da ist der Flug günstiger, als die komische Karte. Na gut, wenn du noch was essen gehen willst, London ist nicht günstig, ich war ja im Mai dort, also essen gehen ist auch nicht ohne. Ja gut, für zwei Tage ist das zu verschmerzen. Ja, aber trotzdem, alle zusammen bist du bestimmt 500, 600 Euro los. Scheiße, das sind alles auch so Dreckszeiten. Also ich müsste für 95 Euro fliegen, weil sonst muss ich um 8 Uhr morgens fliegen und ich wollte ja keinen Urlaub nehmen. Ja, und zurück ist halt auch so ein bisschen blöd, da fliegt einer um 5.55 Uhr am Sonntag und der andere um 7.45 Uhr. Und der um 7.45 Uhr ist natürlich gleich wieder teuer. 127 für den Flug. Gut, Gepäck bräuchte man ja glücklicherweise nicht dazu buchen, weil es nur ein Wochenende wäre. Und dann halt noch das Hotel. Aber irgendwie, was die so auf ihrer Instagram-Seite haben von diesem Musical, das spricht mich an. Ja, ich denke, da musst du noch irgendwas dazu haben, ansonsten fliegst du nicht nach London, da musst du sagen, okay, ich mache noch das dazu und noch das dazu. Ja gut, aber ich würde ja da hinfliegen, dann komme ich Freitagnachmittag an, dann würde ich was essen, dann würde ich mir halt den Samstag so ein bisschen die Stadt angucken, abends ins Theater und Sonntag wieder zurückfliegen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also wenn das Theaterstück in Berlin wäre, würde ich auch nach Berlin fahren quasi. Die Scheiße ist halt, dass man nach England nicht mehr einfach so kann. Das wäre ja wieder das nächste Problem. nach England. Also als Tourist brauchst du glaube ich nichts. Also wir haben jetzt im Mai nichts gebraucht. Mal gucken. Vielleicht haben wir noch Glück gehabt, denn wir waren so in einer Übergangszone drin gewesen, aber wir haben jetzt einfach mit unseren EU-Pass sind wir einfach reingelatscht. EU-Bürger benötigen lediglich einen gültigen Reisepass, der über die gesamte Aufenthaltsdauer gültig bleiben muss. Ein Personalausweis ist nicht ausreichend. Ja gut, das ist ja jetzt erstmal kein Problem. Wir sind volljährig und benötigen einen Touristen. Also du bist einfach hingeflogen quasi oder was? Ja genau. Und dann bist du halt dann, warst halt am Flughafen und dann hieß es dann so EU-Bürger nicht der EU-Bürger und bei EU-Bürgern bist du einfach durchgelatscht. Also da hat es dann natürlich auch die Passkontrolle sowas gehabt, aber ich habe keinen Stempel reingekriegt, gar nichts. Also die haben immer drüber geguckt, Dankeschön und weiter geht's. Jetzt gucken wir mal, was das Auswärtige Amt dazu schreibt. Die haben ja immer so schöne Übersichtsseiten. Das stimmt. So, ein Personalausweis wird nicht anerkannt. Reisepass brauchen wir. Genau. Ja, du brauchst jetzt nicht extra ein Visa oder sowas, also sagst, okay, du musst jetzt noch irgendwas beantragen. Dem Theaterstück wieder ein Stückchen näher. Man merkt schon, das Grübel, das Grübel. Ja, also wie gesagt, so an sich, ich mache ja selten was Verrücktes, aber da habe ich mir irgendwie gedacht, oh Mensch, da könnte man auch mal irgendwie was Beklopptes machen. Also wenn es für dich verrückt ist, dann mache ich öfter so was Verrücktes. Ja, ich bin, also für mich wäre das jetzt irgendwie sehr ungewöhnlich. Ich fahre auch mal für den Schlüssel Rahmen nach Düsseldorf. Ja gut, okay, das ist ja, ja gut, aber fliegen für ein Wochenende, um sich ein Theaterstück anzugucken, finde ich schon ein bisschen verrückt. Also, ich habe jetzt herausgefunden, you will not need a Visa to come to the UK, you can stay six months without Visa, schreiben die hier auf ihrer Seite. Gut, also das Problem haben wir schon mal nicht. Dann überlege ich mir mal, ob ich das nicht doch mache. Gut, mir fällt gerade ein, ich hatte ja letzte Woche in der Kinovorschau was versprochen über einen Film, den wir dann im Podcast quatschen, über den wir dann nicht mehr gequatscht haben, weil wir nur so über so Creator gequatscht haben, deswegen will ich es jetzt gerade noch mal mit aufnehmen. Und zwar ging das um den vorigen Sneak-Film, ist endlich wieder eingefallen, was es war, nämlich Freelance. Die Komödie mit John Cena, wo John Cena einen Anwalt spielt, er hat aber eigentlich keinen Bock auf dieses Larry Fary-Leben und geht dann zur US Army und da fühlt er sich eigentlich wohl und frei, hat dann allerdings einen Unfall, sein Rücken ist kaputt und muss jetzt wieder zurück in sein altes Leben und fühlt sich wieder stinkengelangweilt. Er hat zwar Frau und Kind, ein schönes Haus und sowas, aber trotzdem, das ist nicht sein Leben und da kommt dann ein Ex-Kamerad und sagt, hier, ich habe jetzt hier eine Sicherheitsfirma gegründet, ich habe hier einen Job für dich. Ich habe hier eine Journalistin, die möchte in ein fiktives Land reisen, dessen Namen ich vergessen, Paldonien, Paldonia, irgend sowas hieß das Ding und möchte da den Diktator, den hiesigen Diktator einmal interviewen, der bisher nie ein Interview gegeben hat. Der heißt, glaube ich, Vinegas und deswegen braucht sie da vielleicht einen Beschützer. Er hat gesagt, okay, ist ein easy Job, verdiene vielleicht nicht verkehrt und ich habe vielleicht mal wieder ein bisschen, zumindest das Gefühl, dass ich ein bisschen Action habe. begleitet sie dann halt und kaum ist sie da, gibt es natürlich einen Anschlag auf den Diktator und Rebellen kommen und er muss jetzt mit ihr und Vinegas in den Dschungel flüchten und versucht dann natürlich sie jetzt da irgendwie da rauszukriegen. Und ganz ehrlich, das ist alles scheißenlangweilig. Ja, also John Cena steht ja auch mehr für diese blödelichen Komödie. Ich muss ehrlich gestehen, John Cena ist wirklich einer, der wohl sich auch für einige Dinge nicht zu schade ist. Der sich auch denkt, oh blöde Leiden, geil, mache ich mit. Der hat ja auch bei Barbie mitgemacht als Meermann oder sowas. Da hat nur Arschstaufen. Ja, das kenne ich jetzt nicht, aber keine Ahnung. Nicht, der kam aber auch in der Sneak. Das war dieser, wo diese drei Highschool-Mädchen wollen ihr erstes Mal haben und die Eltern wollen das verhindern. Weißt du, so beim Abschluss bei... Irgendwas sagt mir das. Irgendwas sagt mir das nicht. Also es war ganz schlimm. Ja, aber wie gesagt, John Cena macht halt auch bei so blöden Leiden mit. Das Blöde ist nur, der Film ist halt nicht witzig. Wenn er jetzt zumindest witzig wäre, witzige Szenen drin hätte, dann wäre es dann auch okay gewesen. Dann hätte er gesagt, okay, es ist ein 0815-Komödie, hat ein paar lustige Momente drin, Dankeschön, weiter geht's. Aber nee, der einzige Coole eigentlich in diesem ganzen blöden Film war halt der Diktator Winnegas, der halt sich einfach gedacht hat, so, ich bin halt jetzt hier, ich bin unantastbar, ist mir ja scheißegal, der halt wirklich so einen auch auf Klischee-Diktator raushängen ließ, mit goldener Knare und alles drum und dran. Aber so richtig schön over the top. Das war der Witzigste in diesem ganzen Film. Und der Rest halt eher so, naja, so lala. Ich habe irgendwie das Gefühl, man hat irgendwie versucht, John Cena so ein bisschen zu bremsen, weil ich glaube, der hat eigentlich Bock auch für mehr. Natürlich gibt es da irgendwelche Szenen drin, wo du merkst, okay, die parodieren jetzt die großen Actionfilme oder sowas, wo er dann mit so einem riesen Gewehr da steht und eine Zeitlupe dann ein Ding nach dem anderen abfeuert. Aber, ja, das kann den ganzen Film halt einer auch nicht mehr retten. Ich glaube, ich habe mir am Ende irgendwie fünf Punkte gegeben, war okay und ich werde ihn nie wieder sehen und das ist auch gut. Ja, jetzt auch keiner, der mich angesprochen hätte. Aber ich muss dich noch mal nach einem anderen finden, fragen, weil ich den nämlich interessant gefunden hätte. Das war die Woche davor, wo ich auch nicht da war. Speak No Evil. Speak No Evil ist ein Film, den wir größtenteils eigentlich eher schlecht fanden, aber wieder so ein Film ist, wo wir immer noch drüber quatschen. Weißt du, wo dann trotzdem irgendwie immer noch mal so ein bisschen Potenzial da ist, wo du sagst, okay, da diskutieren wir jetzt drüber. Warum hat er das denn jetzt so gemacht und so? Bei Speak No Evil, da hatten wir, glaube ich, vorletzte Woche ziemlich breit und ich. Hast du dir die Folge angehört? Ja, deswegen frage ich da jetzt. Deswegen frage ich das einfach nicht direkt. Es geht halt um eine dänische Familie, die während ihrem Toskana-Urlaub eine niederländische Familie kennenlernt. Eigentlich eher so durch die Kinder und so, dann kamen sie ein bisschen zusammen und die fahren dann alle wieder nach Hause und dann bekommt die dänische Familie eine Einladung. Die sagen, okay, hier, wir haben uns doch gut verstanden, kommt doch mal nach Holland und verbringt doch einfach mal ein Wochenende bei uns. Wir machen uns einfach ein schönes Wochenende. Und dann fahren die dahin irgendwie in die La Pampa, wo ringsherum nichts ist und fängt schon mal ganz nett an, also ganz normal, aber je länger sie da bleiben, kommen halt immer mehr Situationen auf, wo sie sich überlegen so, boah ey, was sind das für Leute? Was machen wir hier eigentlich? Das wird unangenehm. Das wird immer unangenehmer denen und die überlegen sich schon so, na fahren wir wieder zurück, aber naja, das ist ja dann auch unhöflich, ne? Aber man merkt dann halt, dass die immer stranger werden. Mhm. Bis zu dem Punkt halt irgendwann, wo es dann halt überspitzt wird und ja, dann halt doof ist. Also ich würde ihn da nicht mal direkt als Horrorfilm beteiligen. Das würde wieder als Horror, das geht halt wieder, eher wieder in Richtung Psycho. Mhm. Weil du hast doch keine explizite Gewalt, da gibt's nicht irgendein Vieh, was irgendwie jetzt aus dem Keller kommt, da gibt's nichts Übernatürliches drin. Sondern das ist halt dann wirklich eher so dieses Psycho-Horror, wo du echt nicht weißt, boah ey, was ist das jetzt für ein Typ und keine Ahnung, was der als nächstes plant. Na, weil die alle so ein bisschen crazy dann werden. Die haben ja noch den Sohn, der dann eigentlich nicht spricht, aber dann trotzdem sich komisch verhält und die Frau verhält sich komisch. Der Typ wird ganz komisch. du merkst halt immer mehr diesen Unbehagen von dieser Familie, dass sie sich dann überlegen so, boah, war das jetzt eine gute Idee, Herze kommen, sollten wir nicht lieber heimfahren. Ich will den Film jetzt nicht das Ende spoilern, aber das ist so ein Ding, wo du dich dann die ganze Zeit fragst, boah, warum waren die eigentlich so dumm? Warum haben sie es überhaupt so weit kommen lassen? Warum haben sie nicht schon vorher was gemacht? Aber dann stellst du dir selbst die Frage, was hättest du denn gemacht in dieser Situation? Wärst du dann auch direkt gesagt, ey, ihr seid alle dumm, ich gehe jetzt nach Hause? Oder hättest du dann auch gesagt, naja, komm, also die Frau wollte schon früher wieder nach Hause, die hat gesagt, ey, irgendwas stimmt nicht, mir gefällt es hier nicht und der Mann sagt dann auch so, okay, hier, es sind doch nur die zwei Tage, die überstehen wir jetzt und dann fahren wir wieder nach Hause und dann ist gut. Aber dann irgendwann kommen sie immer in eine Situation rein, wo sie alle merken so, boah, das wird jetzt schon, wird schon strange. Und dann gibt es halt eine Konklusion, wo du dann auch denkst, so, okay, das ist jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, aber na gut. Guckst dir einfach an das Ding. Es ist halt echt schwierig, weil am Ende stehst du eigentlich da und denkst so, boah, der Film war eigentlich dumm. Aber trotzdem findest du dann immer wieder Punkte oder diskutierst halt drüber. Das ist doch schön. Das ist ja eigentlich das, was ich mag. Das fängt schon so an, dass die einfach versuchen, Spannung aufzubauen, wo einfach nichts ist. Du hast das Schiff, die fahren halt von Dänemark jetzt hier rüber und du siehst einfach das Heck von dem Schiff von oben, die wellen so hinten ein bisschen raus, von der Schiffschraube so ein bisschen aufgewirbelt und dann haben sie diese bedrohliche Horrormusik quasi. Immer so dieses langsame so, keine Ahnung. Und dann denkst du so, aber eigentlich vom Bild her passiert da nichts. Und da passiert auch nichts in dieser Szene. Aber die versuchen einfach irgendwie über Musikeffekte irgendwas aufzubauen, wo dann aber nichts bei hinten rauskommt. Dann denkst du also, okay, also die versuchen nicht da schon ein bisschen in ihre zu führen. Ja, dem kann ich was abgewinnen, sagen wir mal so. Guck dir mal an, ich bin mal gespannt, was du denn dazu sagst. Deswegen verrät ich auch gar nicht so viel, wie es dann am Ende wo es dann endet, weil dann würdest du wahrscheinlich dir die Spannung schon wieder so ein bisschen nehmen. Also es baut sich dann immer mehr so ein bisschen auf, der ganze Umbehagen. Ein guter Letzt, ich hatte jetzt das schon mal angeteasert, ich habe ja was Neues ausprobiert, nämlich das sogenannte Disc Golf. Sag dir das was? Ich habe deine Instagram-Posts gesehen. Ah, okay, dann sagt dir das natürlich was. Disc Golf ist eigentlich relativ easy, du hast meistens einen Park, eine Anlage, dann hast du einen Startpunkt und etwas weiter entfernt, je nach Bahnhalt, einen Korb. Das ist einfach so ein Auffangkorb, da sind noch ein paar Seile, beziehungsweise Ketten dran, dass wenn du dann halt die Scheibe dagegen wirfst, das halt dann aufgehalten wird und dann in diesen Korb fällt und dein Ziel ist es jetzt natürlich mit möglichst wenig Würfen von Startpunkt in diesen Korb zu werfen. Da gibt es natürlich dann Hindernisse, also ähnlich wie beim Bäuf halt auch, dann musst du dann hier rechts um einen Baum spielen, teilweise hast du dann auch beim Startpunkt dann nochmal so eine Anweisung, wie musst du spielen, was musst du vielleicht erreichen, also dass du dann zwischen Bäume werfen musst, also dass du dann auch weißt, okay, in welche Richtung muss ich denn jetzt, also was muss ich dann erreichen jetzt. Hört sich erst mal leicht an, du musst einfach eine Füße und wirst, aber das ist eine halbe Wissenschaft, ich sag's dir, es ist nicht normal, da gibt es x verschiedene Scheiben, die meisten lassen sich runterbrechen als Driver, Midrange und Putter. Driver sind halt die Dinger, die kannst du halt, die sind sehr, sehr flach und die kannst du sehr weit werfen, wenn du dann die Kraft hast. Midrange ist dann natürlich so ein Mittelfeld und Putter sind halt die, die du dann eher nutzt, dann um in den Korb zu werfen. Und die haben auch noch jeder irgendwie so eigene Werte, da gibt es vier Werte, nämlich Speed, Glide, Turn und Fade. Speed ist natürlich, okay, wie weit fliegt das Ding, wenn du es richtig werfen kannst, also das Maximum ist 14. Wenn du allerdings nicht mit 14 werfen kannst, dann fliegt die auch nicht 14. Das heißt, du musst auch gucken, dass du dann auch die Kraft dafür hast, die in der Geschwindigkeit zu bekommen. dann hast du den zweiten Wert Gleit, das ist halt, okay, wenn das Drehmoment von dieser Scheibe halt dann verloren geht, wie lange gleitet die noch in der Luft, wie weit fliegt die dann noch weiter oder fällt die dann direkt runter, keine Ahnung. Dann hast du Turn. Durch die aerodynamische, du wirfst das ja, das rotiert ja. Die Scheibe rotiert und wenn du ihn mit rechts wirfst, mit Backhand, also mit hier ganz normal, wie man es so kennt, dann hat die eher den Drang, nach rechts abzudriften. Und das sagt dieser Turnwert, wie weit fliegt die dann so ein bisschen nach rechts rum. Und dann hast du noch den letzten Wert Fade, der sagt nämlich, wie weit fliegt die dann zum Schluss, wenn dann die Rotation abnimmt, nach links rum wieder. Und ganz ehrlich, das kommt nur halb vor wie so ein RPG. Weißt du, wo du echt da stehen musst und sagst, okay, ich habe jetzt diesen Kurs. Ich muss jetzt eine Scheibe auswählen, die genau so vielleicht fliegt, damit ich dann da treffe oder so nah wie möglich da rankomme. Es ist nicht mehr normal. Und da gibt es wirklich x verschiedene Scheiben, die dann wirklich einen großen Fade haben, wo du sagst, okay, ja, ich möchte, dass sie am Ende sehr stark nach links abdriftet, weil ich vielleicht um einen Baum herum spielen will, keine Ahnung. Oder ich möchte eine, die Katzen gerade fliegt, da muss ich ja gucken, dass die Turn- und Fade-Werte relativ niedrig sind. Es ist schon, also die Profispieler haben da wirklich einen ganzen Koffer voll, Koffer nicht, aber sie haben so eine Tasche und die haben bestimmt so 20, 30 Disks dabei. Einfach um zu sagen, okay, jetzt in diesem Moment brauche ich das und das. Das Witzige ist, pro Scheibe gibt es auch noch für die etwas, wenn jetzt keine nur noch 15 Disks nimmt, sondern schon eine, die auch vielleicht dann eher bei den Turnieren und sowas angewendet wird, dann gibt es für jede Scheibe auch noch verschiedenen Plastik. Je nachdem, wie schwer die dann halt ist. Da hast du eine, die ist 170 Gramm schwer, da hast du eine, die ist 130 Gramm schwer und das hat dann auch wieder einen Einfluss drauf, wie diese blöde Scheibe fliegt. Hast du eine Scheibe, die leicht ist, dann fliegt die natürlich weiter, wird aber auch eher vom Wind beeinflusst, während eine schwere Scheibe eher kontrollierbar ist. Also da stehst du da vor diesem blöden Ziel und überlegst dann die ganze Zeit so, okay, was für eine Scheibe nehme ich jetzt für diese Situation am ehesten? Das ist ja wirklich wie beim echten Golf, ne? Ja, also kommt schon, kommt schon echt ganz gut hin. Macht halt mir nur persönlich mehr Spaß, als mit den Schläger auf den Ball einzuschlagen. Weiß nicht, Golf habe ich ja noch nie, also Minigolf, ne? Ja. Das finde ich aber auch geil. Aber richtiges Golf habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und, ähm, wir waren jetzt hier in Herbststein gewesen, da gibt es eine Anlage, die teilweise ein bisschen Neujahr ist, die haben sie wahrscheinlich, die haben sie schon mal ein bisschen umgesetzt, also die Karte, die sie da ausgeben, die stimmt schon gar nicht mehr, weil da irgendwie ein Bau vorhin standen geht, da werden Häuser gebaut, deswegen haben sie so ein, zwei Sachen umgebaut. Da fehlen teilweise Hinweise, da musst du schon ein bisschen suchen, sag mal, wo fange ich jetzt eigentlich für die Bahn jetzt eigentlich an? Also ein bisschen strange, aber zum Ausprobieren ist das schon ganz gut. Und da gibt es halt auch eine, da musst du halt 120 Meter überbrücken. Die ist noch nicht mal so hardcore schwer, also da hast du jetzt nicht so die riesen Schikanen davor, aber du musst halt 120 Meter irgendwie und ganz ehrlich, die Kraft habe ich noch nicht. Eigentlich, wenn du eine gute Scheibe hast und die ordentlich werfen kannst, dann fliegt die 120 Meter. Ich glaube, der Rekord liegt irgendwie, keine Ahnung, bei 300 Meter oder sowas von den Dingern. Also man kann da schon einiges machen. Es macht halt ein bisschen Spaß. Es macht halt Spaß, weil A, es ist nicht ganz so kraftaufwendig. Vielleicht doch schon irgendwie, zumindest in den Arm rein, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt erstmal trainieren musst, bis du umfallen bist, bis du überhaupt das Spiel spielen kannst. Du kannst auch einfach als Semi, als Hobby einfach hingehen und einfach Spaß haben. Und wenn du halt drei Würfe mehr brauchst, schau es drauf, juck keine Sau. Aber es ist auch strategisch und das gefällt mir halt auch ganz gut da dran. Dass du nicht einfach sagst, okay, ja, ich wirf da jetzt einfach hin, sondern du musst halt echt überlegen, okay, jetzt bin ich hier, ich will da hin, wie komme ich da am besten hin und was nehme ich am besten und wie werfe ich am besten. Das gefällt mir nicht ganz gut. Aber da habe ich bisher eine Runde gespielt, habe mir jetzt nochmal ein Anfänger-Paket geholt, ein Anfänger-Set. Und, ja, werde ich dann auch nochmal irgendwann nochmal ausprobieren, nochmal weitermachen mit Mind-Disk jetzt. Toi. Warum nicht, ne? Ja. Und man läuft halt viel. Ich glaube, an dem Tag bin ich 28.000 Schritte gelaufen. Gut, wir waren halt zu zweit gewesen, wir hatten nur ein Set gehabt. Das heißt, du hast immer nacheinander gespielt, das heißt, du bist dann die 120 Meter hingelatscht, bist dann wieder zurückgelaufen, bist dann wieder hingelatscht. Also, man läuft auch sehr viel. Ist wahrscheinlich auch gar nicht mal verkehrt, so ein bisschen in der frischen Luft, aber halt auch ohne Hektik, weißt du, du hast ja gesagt, okay, ich habe jetzt Nachmittag Zeit und dann nehmen wir uns halt einfach die Zeit. Aber da ist dann auch nichts los. Also, beim Minigolf ist es ja so, dass hier meistens schon wieder einer auf die Füße steht, der nach dir auf die Bahn will. Ey, bei uns habe ich keinen einzigen gesehen. Du musst jetzt nur mal kurz ab und zu warten, weil das war halt im Park. Da sind halt auch diese Parkwege und du musst halt ab und zu mal warten, dass ein Rentner halt mal vorbeigelatscht ist, nicht, dass du den halt abdriffst. Das wäre halt schlecht. Das gibt Minuspunkte. Aber ansonsten, dass da jetzt schon direkt der Nächste stand und du sagst, hier, wirf mal schnell, weil ich will jetzt auch, hat es ja nicht. Das war verlassenes Gebiet. Das war schon ganz okay gewesen. Mal sehen, vielleicht werde ich da noch Profi drin. Wahrscheinlich eher nicht, aber es gibt sogar Turniere. Du glaubst es nicht. Es gibt eine eigene Liga für und so was. Das überrascht mich jetzt nicht. Menschen maximieren ja alles, was sie machen. Da gibt es die Hessenmeisterschaft, da gibt es die Deutschlandmeisterschaft, da gibt es die Weltmeisterschaft. Und wenn du da mal Videos anguckst von denen, wie die halt werfen, denkst du da so, alter Falter, nicht schlecht. Da musst du aber wirklich deine Scheibe wirklich kennen. Weißt du, dass du sagst, okay, die werfe ich jetzt so und so, dann fliegt die auch so und so. Also seit ich weiß, dass es Meisterschaften auf einem Baumstamm hocken gibt, schockt mich gar nichts mehr. Ja, aber doch Fall sitzen. Gibt es? Ja, meine ich doch. Ja. Ich glaube, es gibt Meisterschaften für alles. Der Mensch ist halt... Kannst du jetzt auch eine Meisterschaft in Filme gucken? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Man kann ja mal fragen hier. Gibt es eine Meisterschaft in Filme gucken? Ich habe doch hier, äh, ich frage doch mal die KI. Ich frage mal ChatGBT. Das gerade hängt. Na toll, jetzt gerade, wo ich mal was vorhabe. Ansonsten geht es mir den ganzen Tag auf die Nüsse. aber jetzt, wo ich mal was wissen will, dann gibt es keine Antworten. Das ist ja toll. So. Ja, komm, hier. Interessiert mich nicht. Sag mal, warum hakelt denn das jetzt wie Sau? Ich kann es ja nicht sagen, ob es eine Meisterschaft in Filme gibt. Gibt, oder mal gibt es eine Meisterschaft. Ansonsten wäre ich aber auch nicht so gut da drin. Ich meine... Ah, nee, man, war mal besser, sagen wir es mal so. Diese Woche bin ich ja mit zwei Filmen, die ich geguckt habe, schon mega krass dabei. Nee. Es gibt hier irgendwie ja Filme über Meisterschaften. Ja, super. Das überrascht mich jetzt hingegen wieder nicht. Nee, nee, gibt es natürlich keinen Film. Also es gibt nicht für jedes eine Meisterschaft, aber für viele, wo man sagt, das ist vielleicht ein Sport. Da gibt es... Übrigens, eine witzige Klammer zwischen zwei Sachen, über die wir heute gesprochen haben, habe ich gerade zufällig gefunden. Denn James McAvoy wird eine Rolle spielen in dem Remake von Speak No Evil, was die Amis gerade machen. Die Amis machen einen Remake davon. Ja. Oh, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. James Watkins ist der Regisseur. Du musst mir da etwas sagen. Was hat er sonst so gemacht? Also der Name sagt mir irgendwas. Lass mich mal kurz gucken. Ah, der hat Eden Lake gemacht. Das war in meiner Jugend so ein angesagter Film, wo Michael Fassbender und seine Frau von so Jugendlichen gequält werden. Schön, klingt toll. Ja, ist halt so ein Horrorfilm, ne? Was T-Day, falls du da noch was sagst, mit Idris Elba und hier Rob Stark. So ein Actionfilm von 2016. Und danach hat er, glaube ich, hier nur noch so Fernsehserien gemacht. Oh, und die Frau in Schwarz hat er auch gemacht. Das hat mir wieder was. Ja, das ist der Horrorfilm mit Daniel Redcliffe, wo man sich beim Trailer schon in der Hose macht. Vielleicht solltest du lieber den gucken statt Speak No Evil. Ja, nee, ganz ehrlich, also das war mir schon wieder zu gruselig. Nee, ganz ehrlich, dann guck doch lieber Speak No Evil in Original an, statt da das amerikanische Remake. Aber ich mag James McElroy. Ja, okay. Wenn du das jetzt dir anguckst, nur wegen dem Schauspieler, dann bitteschön. Ja, vielleicht gucke ich mir auch beide an. Ja? Dann wirst du den anderen, also den amerikanischen Remake, wirst du dann wahrscheinlich sagen, so okay, ja, kenn ich halt schon. Aber vielleicht ist es auch ein Film, den man zweimal angucken kann, damit man vielleicht beim zweiten Durchschau andere Sachen nochmal bemerkt als beim ersten Mal. Und dann kannst du das amerikanische Film, weil die sind sowieso eins zu eins größtenteils, dann kannst du den amerikanischen Remake als zweite Version dann angucken. Ja, mal schauen. Ja. Hast du noch heute im Angebot? Ich bin durch für diese Woche. Ich überlege gerade. Es ist immer so, dass du sagst, boah, und das und das und das. Ich habe leider irgendwann mal aufgehört, mir eine Liste zu schreiben. Damals hat man wirklich schön alles aufgeschrieben. Boah, das habe ich gesehen und bla 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 und hier interessant und darüber kann ich reden und mittlerweile ist es so, ja, das fällt dir dann alles ein. Nach dem Podcast weiß ich ganz genau, dass mir wieder drei Dinge einfallen werden und ich mir dann so, oh nee, darüber wollte ich eigentlich auch noch quatschen. Nee, nächste Woche. Am Arsch, ey. Ach so, das kann ich übrigens mal erzählen. Ich fahre jetzt, ich habe Urlaub in zwei Wochen und ich fahre Samstag nach Stuttgart und komme dann erst den Sonntag danach wieder. Das heißt, ich bin wahrscheinlich zwei Wochen raus. Oh mein Gott. Dann musst du mit Cengiz klarkommen. Was heißt denn klarkommen? Wir kriegen das auch hin, aber. Na ja, weil ich habe, ich habe mir gedacht, ich fahre mal wieder runter. Die Leute habe ich ja jetzt auch schon seit anderthalb Jahren quasi nicht mehr gesehen und dann knacke ich erst bei einem Kollegen so bis, ja, bis Freitag und dann kriege ich noch Besuch von hier quasi dahin und dann bleiben wir noch zwei Tage im Modell. Und dann ist es Sonntag. Ja, läuft. Nee, mach doch. Ganz ehrlich, das ist ja der Vorteil, wenn wir hier zu dritt sind, wenn irgendeine Ausfälligung, oder jetzt Cengiz ist ja diese Woche auch nicht da irgendwie rundherum. Irgendwie funktioniert nur nichts, wenn ich nicht da bin. Dann ist irgendwie Stillstand. Ja, weil wir genau wissen, du musst das ja auch technisch lösen hier. Also Cengiz und ich haben uns ja auch schon mal hingesetzt und hier was aufgenommen, was dann dazu geführt hat, dass dauernd was nicht funktioniert hat und wir immer gesagt haben, ja, Dirk macht das im Schnitt. Dirk macht das dann später, wo ich mir denke so, hm, na klar. Ich erinnere mich. Nee, aber das sollte eigentlich auch gehen. Wenn ich da mal irgendwann nicht mehr da sein sollte, okay, das klingt auch böse, aber das klingt jetzt so, als würdest du an dein eigenes Ende denken. Ey, da sollte man immer dran denken. Der Mensch ist leider so drauf, dass er meint, er wird 100 Jahre alt, aber man weiß es ja nie. Deswegen sollte man jeden Tag ja so leben, als wäre es der Letzte und so viel Spaß wie möglich rausholen. Das hast du schön gesagt. Ja, das Wort zum Sonntag, das Schlusswort wahrscheinlich jetzt auch. Macht euch noch einen schönen Tag. Jetzt könnt ihr was anderes hören, ihr habt uns durch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Macht euch eine schöne Zeit. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.